Quennasch, meine wunderschöne gefallene Heilige behält meinen Umhang als Erinnerung an mich. Meinen Helm vertraue ich nur meiner Liste an, dem ich ihn verstecke. Er ruht, wo Menschen ruhen, in einem Gebäude, das ebenso für diesen Zweck benannt worden sein könnte. Der Umhang sollte bei ihm sein, doch das wäre ja zu erwarten. Ich werde es den Diemen nicht so leicht machen. Er ruht, wo Menschen ruhen, in einem Gebäude, das ebenso für diesen Zweck benannt worden sein könnte. Ja, da haben wir den Helm ja gefunden. Ja. Ja, der Helm von Biodorat. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Und ja, der Helm war in Helm und Umhang. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, jetzt geht es erst mal ab zum Feiern und Stör wieder. Kommen wir von hier aus dahin? Nein, natürlich nicht. Müssen wir erst hier hinreißen. Da können wir jetzt erst mal Rabazit ein bisschen kränken. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Meine Geheimnisse gehören mir allein. Ist es bereits genug über mich? Spart euch eure umständliche Erklärung. Ich da alles sehe, die Zukunft eingeschlossen, weiß bereits, dass ihr mich verraten habt. Den Dummd vor euch hierher zurückzukehren, nachdem ihr unsere Abmachung zuwieder gehandelt habt. Ich habe etliche Zauber auf dem Feuer stehen, denen nur noch das ein oder andere Stück Nymph als Zutat fehlt. Es kann so lange dauern, bis ich eine andere gefunden habe. Mit dieser Verzögerung, die allein ihr zu verantworten habt, soll euch teuer zu stehen kommen. Ich fordere mich heraus, wenn ihr es wagt. Was ist es diesmal? Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Achso, hier in der Mitte ist der Weg nach oben. Okay, einmal Gift neutralisieren, bitte. Vielleicht mal heilen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Äh, coole. Jail Calais, Sänger der Nacht. Ihr habt bleibt zurück und gebt acht. Ich aus dem Bier. Worum geht es diesmal? Hm, ich fühle mich so ziemlich. Ja, mein Ohren mitvergnüßt. Okay. Einmal mehr F-Säure-Pfeil. Bisschen Schmuck. So, mal kurz ein Quick-Safe zwischendurch machen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Der hatte echt alles Glückwichtige hier. Oh, Nera ist vergiftet. Wie ihr wünscht. Worum geht es diesmal? Ich könnte Tensors fliegende Verbände... Gut, dass wir gespeichert haben. Wie kann ich ihr drauf? Nur zu krass. Sagt, versucht Schritt zu halten. Ich habe keinen Bock. In Ordnung. Schicken wir das Badorn und Kigain hoch. Welche Kigain-Käste. Schicken wir das Badorn und Kigain hoch. Worum ihr braucht. Nur zu fragen. Gut. Grüne Farben zum Verkaufen. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kommt, Nerf. Warum denn ich? Sprecht. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Wie kann ich helfen? Worum geht ihr? Was? Was? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, stimmt. Der hatte ja auch einen Leitfaden. Lalalala. Ich bin langsam. Schriftrollen. Oh, ich bin endlich nicht mehr langsam. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Okay, wir haben viel Zeug. Viel Zeug zum identifizieren und so. Wieder ein Lähmungsstab. Okay, was haben wir hier? Der Steigerer. Magiezauber 2. Gratis. Wobei, was für eins tragen wir? Achso, wir tragen das... Ja, den Beschützer tragen wir. Dann kriegt KG das Zauberschutz Amulett. Permanente, eine Intelligenz ist immer gut. Okay. Okay, die Rüstungsamenschienen sind schlecht. Schurkenhube bringt Nera leider auch nicht. Wächterring. Oh. Ja. Ja. Den kann jetzt niemand tragen. So, ein Lähmungsstab, den wir verkaufen können. Warte, was sind das für Magie? Gift? Ungeschichtlichkeitsflug, okay. Kann Lehrer die beiden Zauber? Schon, ja, kann sie. Okay, dann lernen wir die mal. Grad verschwimmen sollte für uns nicht unerheblich sein. Juppie. Egal. Ach komm, trink den gleich mal. So. Worum geht es diesmal? Ich trink auch einen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum. Ihr braucht nur zu fragen. Nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Und Schild wieder zu mir. Gut. Wie ihr wünscht. Gut. Wie ihr wünscht. Jetzt machen wir einen Quicksafe hier und... Das hier ist zum feiernden Stör. Hier treffen wir uns mit Narlene, genau. Also, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Sieh zu, dass du im Dunkeln bleibst und dass die Wache nicht spitzkriegen, während Gretsch und ich uns reinschleichen. Pass ja hübsch auf, was draußen vorgeht. Wenn sie an Dagen kommen, gibst du sofort Zeichen. Lass sich auf gar keinen Fall auf einen Kampf mit ihnen ein. Sag nur Bescheid und mach dich dünne. Wenn sie dich verfolgen, versteckst du dich und hast du dich still. Und das sind sie dich garantiert nicht. Bleib am besten hier stehen. Es dauert nicht lange. Wir sind da, bevor das Geld überhaupt frei ist. Und das Gold überhaupt weiß, dass es uns gehört. So, da kommt der eine Wache. Es ist schon spät, Bürger. Was geht ihr um diese Zeit noch umher? Hey Jungs, das Spiel ist aus. Macht euch davon. Wie bleibt sofort stehen? Diebe zu den Waffen, zu den Waffen. Ja, wir verziehen uns. Wenn wir zurückkehren, sollte er weg sein. Nein, ist er nicht. Ihr braucht nur zu fragen. Oh. Der Eis ist vielleicht nicht in Stücke gerissen und ihr wird auf die Kiege geschwächt. Es war grauenvoll, ein wahres Grauen. Und ich wachte weit auf. Mein Mann schüttelte mich und versuchte, verzweifelt mich aus meinem leichtsigen Schlummer zu wecken. Wenn ihr seid, was ihr immer hier vorhabt, hütet euch vor eurem Schicksal, denn es hat sich gegen euch verschworen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, wir hauen dann lieber mal zur Liebesgilde nach unten ab. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich muss aber halt noch irgendwie in den Stör reinkommen. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Das klingt jetzt wieder auf unserer Seite. Ein gutes Tutzen. Ein gutes Tutzen Wachtleute hatte plötzlich Lust, Räume und Gendarm mit uns zu spielen. Hat ein ziemliches Kabel gegeben. Nur gut, dass du das Wahnsinn da abgegeben hast. Sonst hätte sie uns eiskalt erwischt. Wir hatten gerade noch Zeit, das aus dem Staub zu machen. 300 Goldsmützen haben wir eingesackt. Nicht übel für den Anfang, aber nichts gegen das, was wir beim nächsten Abend zockten. Bist du dabei? Keine Arbeit ist so aufregend. Ich bin ganz weh darauf, noch einmal herumliegendes Gold zu greifen.